Das Bundesamt für Naturschutz ist eine deutsche Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit mit Sitz in Bonn. Das Bundesamt berät das Ministerium in allen Fragen des nationalen und internationalen Naturschutzes und der Landschaftspflege, fördert Naturschutzprojekte, betreut Forschungsvorhaben und ist Genehmigungsbehörde für die Ein- und Ausfuhr geschützter Tier- und Pflanzenarten. Es gibt in größeren zeitlichen Abständen die roten Listen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten heraus. Es nimmt auch Aufgaben im Vollzug des internationalen Artenschutzes, des Meeresnaturschutzes, des Antarktisvertrags und des Gentechnikgesetzes wahr. Das Bundesamt entstand 1993 aus der Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie und aus Artenschutzbehörden des Bundesamtes für Ernährung und Forstwirtschaft. Außerdem wurden ihm Artenschutzaufgaben aus dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle übertragen. Erster Präsident war Martin Uppenbrink, Arbeitsbereiche des BfN. Beratung Das Bundesamt für Naturschutz liefert dem Bundesumweltministerium wissenschaftliche Entscheidungsgrundlagen und berät es in allen fachlichen Fragen des nationalen und internationalen Naturschutzes. Neben der bundespolitischen Kompetenz versteht sich das Bundesamt für Naturschutz auch als enger Kooperation der Länderfachbehörden. Dabei geht es auch darum, vom BfN entwickelte Konzepte und Methoden Z.B. für die Landschaftsplanung, den Arten- oder Gebietsschutz einheitlich und damit vergleichbar umzusetzen. Eine weitere Aufgabe erfüllt das Bundesamt für Naturschutz im Zusammenhang mit internationalen Abkommen. Hierzu gehören Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt, das Washingtoner Artenschutzübereinkommen, SITS, das Europäische Schutzgebietssystem, Natura 2000, das Komitee der Mensch und die Biosphäre, Förderung, das Amt konzipiert, fördert und betreut Naturschutzgroßprojekte, vergibt im Auftrag des BMU Forschungsvorhaben sowie Modellvorhaben. Im Rahmen des Umweltforschungsplans werden Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in den Bereichen Naturschutz und Ökologie vergeben. Mit ihnen sollen Entscheidungsgrundlagen für die Naturschutz- und Umweltpolitik der Bundesregierung gewonnen werden. Die Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben hingegen haben das Ziel, erfolgversprechende Naturschutzideen zu realisieren und wichtige Forschungsergebnisse in die Praxis umzusetzen. Mit Hilfe der sogenannten Verbändeförderung können einzelne Naturschutzprojekte von privaten, gemeinnützigen Vereinigungen im Bereich des Naturschutzes unterstützt werden. Das Bundesprogramm Biologische Vielfalt fördert die Umsetzung der Ziele der Nationalen Biodiversitätsstrategie. Gefördert werden Vorhaben, denen im Rahmen der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt eine gesamtstaatlich repräsentative Bedeutung zukommt oder die diese Strategie in besonders beispielhafter und maßstabsetzender Weise umsetzen. Die Förderung erstreckt sich auf vier Förderschwerpunkte Arten in besonderer Verantwortung Deutschlands. Hotspots der biologischen Vielfalt in Deutschland sichern von Ökosystemdienstleistungen und weitere Maßnahmen von besonderer repräsentativer Bedeutung für die Strategie. In den Bundeshaushalt werden für das Bundesprogramm Biologische Vielfalt ab 2011 Mittel im Umfang von 15 Millionen Euro jährlich eingestellt. Umsetzung als Vollzugsbehörde für das internationale Artenschutzabkommen Seitz erteilt das BfN Genehmigungen für die Ein- und Ausfuhr geschützter Arten. In der ausschließlichen Wirtschaftszone der Nord- und Ostsee 12 bis 200 Seemeilen jenseits der Küstenlinie übernimmt das BfN Auswahl und Management von Natura 2000 Gebieten und wirkt bei Genehmigungen von Vorhaben mit. Das Projekt wird unter der Wortbildmarke Habitat Mare beworben. Im Bereich der Agro-Gentechnik ist das BfN an der Genehmigung von Anträgen auf Freisätzen und in Werkehrbringen von gentechnisch veränderten Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen beteiligt. Information Das BfN informiert die Öffentlichkeit über Naturschutz und stellt der Fachwelt allgemeine Informationen, wissenschaftliche Daten und Publikationen zu Arten und Naturschutz sowie der biologischen Vielfalt zur Verfügung. Das Bundesamt arbeitet an drei verschiedenen Standorten. Der Hauptsitz befindet sich in der Bundesstadt Bonn Außenstellen in Leipzig und auf der Insel Wilm bei Rügen. Der Außenstelle Wilm ist außerdem die Internationale Naturschutzakademie angegliedert. Sitz Das Bundesamt hat seinen Sitz im Bonner Ortsteil Rüngsdorf. Den Ursprung der Liegenschaft bildet das ehemalige Schulgebäude der Rheinischen Obst- und Gartenbauanstalt für Frauen aus dem Jahre 1906. 1986 kam ein Neubau hinzu und 2006 wurden ein Erweiterungsbau erstellt sowie der Eingangsbereich umgebaut und ein Konferenztrakt angebaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017